Was deine Kleidung über dich verrät Tatsächlich tragen die meisten Menschen Kleidung Deswegen könnte es ein interessantes Thema sein Das, was die Leute sehen, wenn die euch anschauen Ist immer das Erste, was einen Eindruck hinterlässt Kleidung, Körpersprache, Hygiene ist extrem wichtig Ja, aber nur der Charakter Nein! Du hässlicher Vogel Charakter ist verdammt wichtig Charakter sieht man aber an erster Front nicht Das Erste, was man sieht, aussehend Wir Menschen sind von der Natur, von der Evolution Darauf geprägt, auf den ersten Blick Einen Menschen, einen anderen Menschen Oder irgendwas einzuschätzen Und uns ein Bild darüber zu machen Das ist so ein Survival-Instinkt Überlebensinstinkt Könnte uns der Typ gefährlich werden? Ist das Freund? Ist das Feind? Ist das jemand, der mich vielleicht in den nächsten Busch ziehen Und mein Arschloch entjungfern könnte? Oder ist das vielleicht jemand, der mir ein Eis ausgibt? I would definitely rock this to the Met Gala I feel like some sort of alternative Barbie It's the unexpected mix that makes it high fashion Wir beurteilen Leute danach, wie sie angezogen sind Häufig ziemlich vorschnell I am urging the parents of black and latino youngsters Particularly, to not let their children go out wearing hoodies Was sagt unsere Klau? Keine Hoodies anziehen, wenn man latino oder schwarz ist Was, was, ich hätte echt gerne mal die komplette Aussage Von dem Typen dazu gehört Kleidung über uns aus Wenn wir Menschen zum ersten Mal begegnen Packen wir sie häufig schnell in mentale Schubladen Das ist einfacher als Alles mögliche mit einzubeziehen Was die jeweilige Person ausmachen könnte Sich ein schnelles Urteil über andere zu bilden War lange auch überlebenswichtig für den Menschen Ach, das ist... Ich schwöre es euch Ich bin einfach viel zu gebildet Ich habe das Gefühl Ihr schätzt manchmal eigentlich gar nicht Was ich euch immer für Wissen mitgebe Was das für Bildung ist Der Ring-Livestream ist die absolute Überbildung Kündigt eure Schule und eure scheiß Arbeit Schaut euch nur noch meinen Stream an Da lernt ihr mehr Ist das ein Freund oder ein Feind? Ist das jemand, der mir die Keule auf die Birne haut? Oder ist das jemand, mit dem ich gemeinsam lagen oder sammeln gehen kann? Das ist Dr. Hans-Peter Erb Professor für Sozialpsychologie an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg Er forscht unter anderem zu Urteilsbildung Und hat auch einen eigenen YouTube-Kanal Dieser erste Eindruck ist natürlich von vielerlei Faktoren abhängig Wie schaut er gerade aus? Wie blickt er mich an? Wie bewegt er sich? Aber auch die Kleidung spielt dabei eine große Rolle Da wäre zum Beispiel der weit verbreitete Spruch Wer professionell gekleidet ist, dem traut man viel Wie zieht man sich an, wenn man Porno-Darsteller werden möchte? Gar nichts? Oder mit so einem Elefantentanker? Wo der Rüssel dann so erstmal ein bisschen Helikopter macht Vielleicht auch mehr zu Obwohl das eine womöglich fast nichts mit dem anderen zu tun hat Leider sind ähnliche Vorurteile Allzu häufig auch ein fester Bestandteil von Rassismus Vor rund neun Jahren wurde der schwarze Teenager Traven Martin In Florida grundlos von einem Mitglied einer Nachbarschaftswache erschossen Er trug einen Hoodie Das war für den Täter Anlass genug ihn als gefährlich einzustufen und in angeblicher Selbstverteidigung zu töten Die Tat und die An... Das ist schon krank Da hast du es halt wieder mit richtig kranken Menschen zu tun die einfach nur unterentwickelt und dumm sind Das ist wirklich krass Anschließende öffentliche Debatte über Hoodies führte überall in den USA zu Protesten Daraus erwuchs eine Bewegung die ganz demonstrativ Hoodies trägt und damit auf Alltagsrassismus in den USA aufmerksam macht So wurde der Hoodie für viele zu einer Art Statement Ein Symbol des Aufstandes und der Zugehörigkeit Das ist ein extremes Beispiel Aber weil Kleidung einen Eindruck auf andere Menschen macht Nutzen wir sie auch, um unser Selbst zu formen Wir haben eine bestimmte Vorstellung von uns selbst Quasi was wir denken, wer wir sind Dazu gehört auch unser ideales Selbst Also wer wir gerne wären Was das eigene Selbstbild sozusagen verhebt Mit Kleidung kann man wirklich sehr, sehr viel bewirken Wenn ihr wollt, dass die Leute euch ernst nehmen Zieht euch auf eine gewisse Art und Weise an Ich weiß, Fashion, Meshen, alles mögliche Aber wenn ihr mit einer grünen Hose Und mit pinken Stiefeln auftaucht als Mann Die Wahrscheinlichkeit Dass ihr wirklich komplett für voll genommen werdet Dass die Leute euch anschauen und sich denken So, mh, der Typ Aufpassen Ist gering Klar, du könntest der absolute Motherfucker sein Du könntest ein Typ sein wie Stefan Pütz Der mit einer pinken Badehose Oberkörperfrei bei minus 70 Grad Durch das Skigebiet joggt Ja, aber die meisten von euch Sind nun mal nicht ein 2 Meter großer Absolut durchtrainierter MMA Fighter Und können sich das nicht erlauben Und es geht hier nicht um fucking Markenklamotten Ich weiß, ihr seid alle extrem markenfokussiert Oder vielleicht jetzt hier nicht ihr Aber sehr, sehr viele Menschen Sind extrem markenfokussiert Da muss ganz groß Prada Givenchy Gucci Ring Life Ganz wichtig Draufstehen überall Ich zum Beispiel Ich ziehe sehr, sehr gerne schwarz an Wenn ich mich sehe Sehe ich schwarz an mir Ich finde manche Farben ganz cool Aber so mein Outfit der Wahl Wäre immer schwarz Da Hier Einfach halt komplett schwarz Klar, ich habe auch Bilder Wo ich mal was anderes trage Zum Beispiel hier trage ich mal Grün Aber wie man sieht Bin ich ansonsten So was Farben angeht Jetzt nicht gerade Der Regenbogentyp Ja Auch Farben sagen auch viel aus Ob ihr so ein bisschen so Dominant Er so der dominantere Typ seid Ne Man nimmt jemanden Der im Anzug dasteht In einem ordentlich geschnittenen Schönen Anzug Nimmst du immer ganz, ganz, ganz anders wahr Für mich persönlich Ist das jetzt gerade Einfach nicht so wichtig Weil Ich war letztens auf einem Business Termin Auf einem Business Treff Wo alle Mehr oder weniger Abendkleider und Anzüge an hatten Und ich war da mit Jeans und einem Grünen Ringlife Shirt Mich interessiert das einen Scheiß Weil ich Ziehe keine Teuren Markenklamotten an Sondern ich trage nur noch Ringlife Ich trage lieber meine eigene Marke Ich vertrete lieber meine eigene Linie Anstatt jetzt von anderen Leuten Sag ich mal Ihre überteuerten Marken zu kaufen Das können wir nach außen tragen Und Vielleicht auch besser gesagt Wir versuchen einen bestimmten Eindruck Zu vermitteln Denn ob das immer klappt Ist dann nochmal eine andere Frage Kleidung hilft uns also dabei Uns nach außen Wie unser Ideales Selbst darzustellen Und unsere eigene Idee Ey ich schwöre es euch Ne Ich weiß nicht ob ich das jetzt Was ich sagen will Sagen sollte Fuck jetzt Ich sag's Wenn die euch nicht komplett Durchnudelt Die macht Dreifach-Saltos auf eurem Ding Sie ist volljährig Punkt Dieser Emo-Look Möchte gern Dings hin und her Ne Ich sag euch ehrlich Feierabend Unsere eigene Identität zu stärken Nicht nur das Wenn Menschen herabwürdigende Kleidung Aufgezwungen wird Kann das laut Erb Wiederum auch negative Auswirkungen Auf ihr Selbstbild haben Und sich vielleicht auf Die waren niemals minderjährig Naja jedenfalls Aber ihr wisst was ich meine Ich seh es Ihr Selbstwertgefühl auswirken Ich glaube Das steckt dann auch dahinter Wenn wir solche Kleidung haben Wie sie in Gefängnissen Verwendet wird Oder an anderen Stellen Laut Erb Wollen einige Menschen Sich durch Kleidung Auch ein Junge die sieht aus Wie ich nach einer Einheit Von Sparring Was ist das für ein Style Die hat Das sieht aus Als hätte sie ihr Mann verprügelt Blaues Auge hier Platzwunde da Die würfelt doch Ihre Klamotten zusammen Mann Die setzt sich Mit einem Würfel Auf den Boden Würfelt Und die Zahl Die da gerade kommt Da wählt sie eine Klamotte aus Oder die wirft ein Dart Die wirft mit einem Dartpfeil Auf ein Dartbrett Und je nachdem welches Feld Sie trifft Da sucht sie sich eine Klamotte aus Und zieht es an Nein Ich weiß an wen die mich erinnert Ja Einfach er Ah ok Jetzt weiß ich auch von wem Die sich das Outfit Abgeschaut hat Einfach hier Original Das Outfit Eins zu eins Ist das geil Ist das geil Ehrlich Was ne Katastrophe Also Fashion Also Fashion Leute Diese komplett Abgespaceden Fashion Leute Sind wirklich so lustig Also ich weiß Schau mal Fashion ist ein Hobby Für viele Leute Das ist ihre Leidenschaft Alles schön und gut Aber irgendwo geht das Ding Echt ein bisschen zu weit Man Wirklich Keine Ahnung Ehrlich Einzigartig fühlen Wahrscheinlich macht gerade das Die rasante Immer neue Modeindustrie Für viele so attraktiv Aber es geht tatsächlich Noch weit darüber hinaus Denn dieses Wissen Über den Zusammenhang Zwischen Mode und Selbstbild Kann auch missbraucht werden Ihr erinnert euch vielleicht Noch an den Cambridge Analytica Skandal Den Klau der Daten Von 87 Millionen Facebook-Nutzern Das Unternehmen Hat anhand von Bergen Privater Facebook-Daten Von Amerikanern Persönlichkeitsprofile erstellt Auf der Basis dieser Profile Wurde dann ein Algorithmus gebaut Der Leute ausfindig machen sollte Die möglicherweise Für Trump stimmen würden Entsprechend wurde Diesen Personen Dann genau zugeschnittene Wahlwerbung gezeigt Um diese potenziellen Konservativen Wähler Zu identifizieren Hat Cambridge Analytica Unter anderem Besonders einen Datenpunkt genutzt Welche Kleidungsmarken Die Facebook-Nutzer mögen Christopher Wiley Christopher Wiley Christopher Wiley War der Kopf Hinter dieser Methode Und hat für Cambridge Analytica Gearbeitet Aus Reue Wurde er 2018 Zum Whistleblower Hier spricht er Auf einer Konferenz Die Big Five sind ein bekanntes Modell Der Persönlichkeitspsychologie Die Großen Fünf Der Persön Emotionen Neuen Leuten zu reden Ich zeige auch nicht so oft Und so viel Emotionen Ja genau Ein bisschen mehr So auf der seriösen Seite Ich schaue meistens Ein bisschen ernster Bin so etwas seriöser Und so Zwischendurch lache ich Natürlich auch mal Aber meistens bin ich Dann schon eher so Der ernstere Typ Der auch ein bisschen Fünf Skalen Absolutiv Sinn L.L.Bean ist eine eher konventionelle Traditionsbewusste Marke Andersherum sind Leute Die die Sportmarke Lululemon mögen Tendenziell eher Extrovertiert Aus diesen Zusammenhängen Hat Cambridge Analytica Dann quasi Personengruppen Destilliert Okay Wir analysieren kurz Leute die Ring Life tragen Maschine Überkrasse Fighter Große Penisse Intelligent Gut aussehend Das sind die Big Five Der Ring Life Gang Oh ne warte Wir müssen Big Six machen Selbstbewusst Und so wurden Menschen Unter anderem Auf der Basis ihrer Kleidung Ausfindig gemacht Und gezielt Mit politischen Werbungen manipuliert Es ist umstritten Wie effektiv Das alles letztlich war Und ob Cambridge Analytica Wirklich Einfluss Auf den Ausgang Der US Wahlen hatte Aber es gibt Ein Patent von 2012 Von Facebook Das genau den gleichen Ansatz verfolgt Aber erinnert ihr euch daran Als Trump Präsident geworden ist Wie sich die Leute Extrem darüber aufgeregt haben Und jetzt im Nachhinein Wo Trump weggegangen ist Ganze Wirtschaft in Amerika Keller runtergegangen Haben einen Präsidenten Der gefühlt Komplett senil ist Kurz vorm dritten Weltkrieg Und die Leute denken jetzt zurück Und denken sich Scheiße Mann Was hatten wir eigentlich Was hatten die mit Trump Eigentlich für eine gute Wahl getroffen Aus Jux heraus irgendwie Und jetzt was für eine Katastrophe Gerade abgeht Aus den zahllosen Daten Die Social Media Über Personen sammelt Sollen Persönlichkeitseigenschaften Kalkuliert werden Um Werbung Zielgerichteter Schalten zu können Vielleicht was ruhigeres Für eine ordnungsliebende Person Und ein aufregender Werbespot Für jemanden Der besonders Abenteuer lustig ist Es würde uns überhaupt nicht wundern Wenn Modepräferenzen Hier ein wichtiger Datenpunkt sind Es ist faszinierend Wie sehr Kleidung beeinflusst Wie wir andere wahrnehmen Und wie viel wir im gleichen Zuge Mit der Art Wie wir uns anziehen Vielleicht über uns selbst verraten Ob Sneaker Beanie Oder Louis Beck Am Ende sollte man das Buch natürlich lesen Deshalb ihr das Sprichwort Auch wenn es nicht einfach ist Stereotype und Vorurteile Kann man sich laut Erb Zumindest zu einem gewissen Grad abtrainieren Es ist vielleicht gar nicht schlecht Sich ab und zu mal selbst zu hinterfragen Wenn man schnell über jemanden urteilt Zumindest bei uns Löst es doch irgendwo Ein unschönes Gefühl aus Wenn man sich vorstellt Dass man vielleicht Nur wegen der eigenen Kleidung Abgestempelt Und in eine Schublade Gesteckt wird Überlebensinstinkt Hin oder her Ich finde Das Thema Kleidung Wie gesagt Ist ein wichtiges Thema Man sollte auf jeden Fall Darauf achten Was man anzieht Wie man sich in der Öffentlichkeit Präsentiert Weil es hat auch Immer einen direkten Einfluss Darauf wie sich Leute dir gegenüber benehmen Und wie sich Leute behandeln Ganz einfach Was ich aber dazu Auf jeden Fall sagen kann Ist Lasst euch nicht Von diesem ganzen Markengedönst Irgendwie Manipulieren Ihr müsst nicht 500 Euro Für irgendwelche Prada Schuhe ausgeben Oder für irgendwelche Prada Pullover Es macht keinen Sinn Ehrlich Es ist Quatsch Es ist absolut sinnlos Wirklich Ich verstehe es auch nicht Wie gesagt Ich habe selber mal Ein, zwei Mal So richtig teure Markensachen gekauft Und ich würde es Nicht nochmal machen Ich ziehe lieber Mein eigenes T-Shirt an Ja Hier Mein eigenes Anstatt mir für ein paar Hundert Euro Jetzt von Stone Island Von Prada Givenchy Oder irgendwie sowas Ein T-Shirt zu kaufen Weil Das Wird in Istanbul Produziert Bei meiner Produktion Prada Givenchy Gucci Wird auf der Straßenseite Gegenüber produziert Bei einer Produktion In Istanbul Meine Produktion Steht direkt Neben der Produktion Gefühlt von Von diesen Top High End Fashion Marken Und die produzieren Ihre Sachen Für denselben Preis Wie ich Noch günstiger Wahrscheinlich Wenn ich Beispielsweise Ein T-Shirt Für 10 Euro Produziere Produzieren die Ihre T-Shirts Weil die so hohe Mengen Produzieren Für 5 Euro Zum Beispiel Weißt was ich meine Und dann zahlt ihr Für mein T-Shirt 30 Euro Aber für das Givenchy T-Shirt 300 Euro Für 5 Euro Und dann zahlt ihr Und dann zahlt ihr